Die Straße, die aus der Stadt hinausführt, ist sehr gefährlich. Sie führt an der Halikon-Küste vorbei und durch Boetia. Danach bist du schon auf dem richtigen Weg. Die Olivenhain ist bei... Was? Die Olivenhain? Ist beim Helikospass. Bei mir steht was ganz anderes. Brossos. Ja, weil ich das schon einmal vorgelesen habe. Ich meine, einmal so gelesen habe. Achso. Jetzt sehen wir wahrscheinlich was anderes. Egal. Ja, dann lass mal weiter. Ich glaube, es interessiert euch eh nicht so, was sie so sagen. Okay, hier ist... Ist das ein Portal? Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt nach Helos auf jeden Fall. Ja, lass erst mal wieder zurück. Ja. Wieso... Helost? Nicht nach Sparta. Oh, ich bin jetzt nach Sparta gegangen. Ich bin in Sparta, ne? Das ist doof. Warum? Ja, weil wir da nicht hin müssen. Wir müssen nach Helos. Doch, wir müssen hier noch mit Leonidas reden. Äh, dann geh ich nach Sparta. Und das ist die Quest, wenn der Kette ist, dann ist es gut. Nein, kehren sie zurück, äh, zum Lager des Spartaner zurück und berichten sie Brasidas von ihrem Sieg. Ah, wo ist ein Brasidas? Hier. Brasidas. Ach ja. Du hast ihn also umgebracht. Ich muss sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass du das schaffen würdest. Du bist kein Spartaner. Sprich mit dem General, wenn es sein muss. Aber beeil dich. Leonidas ist ein beschäftigter Mann. Oh, ich bin ruhig. Okay. Lies du mal vor. Okay. Ja, ich kann nicht mit ihm reden. Du bist also derjenige, der diese Tau erledigt hat. Ich hätte gedacht, dass nur ein Krieger Spartas durch eine Aufgabe bewältigen kann. Diese Bestien sind jetzt überall. Oh, scheiß Wolf, ey. Und die faulen Bürger, die über unsere Disziplin der Spartaner gespottet haben, jammern jetzt nach Hilfe. Egal, diese Kreaturen werden nach... Oh, Wolf. Werden noch den Tag bereuen, an dem sie es gewagt haben, spartanischen Boden zu betreten. Okay. Du musst nun zum Orakel von Delphi reisen. Sie wird wissen, wo die Monster herkommen. Ich würde einen spartanischen Krieger schicken. Aber ich brauche alles für den Kampf. Gehe nach Megara und suche meinen alten Freund Simon. Er kann dir helfen, ein ansteckendes Opfer für das Orakel zu besorgen. Junger Krieger, vergiss nicht. In Tauferkeit wird man nicht geboren. Wo man... Oh, scheiß Wolf, ey. Man wächst hinein. Ich sollte nicht mal zuerst den Wolf wegzuführen, ey. Okay, das war's. Ein Fähigkeitspunkt. Cool. Uh. Stimmt, wieso. Okay, cool. Und dann mache ich das mal aufs Heilen, wenn du willst. Ach, das mache ich mal. So. Ich habe jetzt eine neue Fähigkeit. Lebensentzug. Ja, da heißt es dich wahrscheinlich auch, ne? Ja, und zieh das dem Gegner ab. Okay. Du wolltest jetzt noch in die andere Stadt, ne? Äh, ja, warte. Ne, 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 ne. Äh, da. Äh, Moment. Äh, das ist mit dem Schamanen. Äh, wo war das mit dem, mit der Kette, ey? Wo wissen wir die da? Äh, ist die Quest zwischen Helos und Sparta? Da stand so ein Typ vor der Höhle, meint Mr. Chris. Intröse mit Banditen. Oder was? Helos? Ja, Helos, nein. Also, er schreibt, äh, Halskette, der Mitgift ist die Quest zwischen Helos und Sparta. Da stand so ein Typ vor der Höhle. Okay, dann... Sollen wir nach Helos oder... Ja, oder? Ich glaube, ich gehe einfach nach Helos. Aber ich glaube, ich weiß, was für ein Typ ist der... Haben wir da nicht versucht, das abzugeben? Irgendwie ging das noch nicht. Egal, ich glaube, der ist ja noch. Ich sehe dich auf der Karte. Ist das nicht besser, wenn wir... Ja, ich sehe dich nicht. Ja, ich bin ja noch ein Sparta, aber man kann ja auch von Sparta aus dahin laufen. Ach so. Ja, dann mach du... Dann geh du von Sparta aus und ich gehe von links aus. Okay. Oh, hier sind mega viele Gegner. Ja, ich scheiß drauf. Mein Wolf macht das wohl. Einfach mal durchlaufen, ne? Genau, ich laufe einmal der Straße lang. Ich glaube, das ist am schlauesten. Da ist eine Höhle. Das ist die natürliche Höhle, okay. Und da ist ein Stein und irgendwo muss hier der Typ sein. Ich laufe hier durch hunderte von Gegnern. Ach, jo. Mein Wolf teleportiert sich einfach so. Kann auch. Normal. Also... Heutzutage können die das doch auch. Ja, so mit sieben Gigawolf und... Egal, ich hab keine Ahnung, was das da war. Aber wo ist der Typ, ey? Ey, die ganzen Gegner sterben einfach nur, weil ich an dem vorbeilauf, weil ich diese komische Kugel um mich rum hab. Ist der hier irgendwas? Ich weiß gar nicht, ob du die hier abgeben kannst, weil ich hab ja die, äh, die Dinge ins... Oh, da ist, glaub ich, ja... Ne, das ist ein Schrein der Dornen. Ich hab hier einen gefunden, der mich gefragt hat, ob ich sie gefunden hab. Oh, ja, dann, äh, ist wahrscheinlich der, den wir haben müssen. Weil ich hab halt die Kette. Ja, ich komm dir entgegen. Vielleicht ist das auf dem Weg ja noch... Ja, ich seh dich auf der Karte. Hier ist ne natürliche Höhle. Oh Gott, das ist... Okay, nee, das ist nicht so weit. Warte, ihr bleibt einfach da stehen, ich komm nicht zu dir. Hier ist der. Ja, warte, ich komm. Da, ja, ich seh's, ja. Oh, hier ist wieder dieser Schweinereiter. Ach, nee, da waren wir doch. Ist da doch vorbeigelaufen. Äh, nee, das ist er nicht. Nicht? Doch, doch. Die Halskette. Ach, möge die Götin Hera dich segnen. Okay, endlich. Gut. Dann haben wir die Quest jetzt auch. Oder auch nicht. Ey, wir wollen Geld, Mann. Können wir nicht mal eine Belögen dafür? Was ist denn Dreck? Äh, nee, warte mal. Halskette, der Mitgift. Sie hat er nicht genommen. Hm. Warte, komm mal mit, da hinten war noch einer. Okay. Aber hier steht auch noch so ein Ding. Äh, nee, das ist einfach ein NPC. Möp, möp. Ach so, ja, das war mein Handy. Ja. Hier steht noch so ein komischer Kauz an der Brücke. Komischer Kauz an der Brücke. Obwohl, das müsste eigentlich der Typ sein, weil vor der Höhle passt. Und das stand ja auch vor der Höhle. Zwischen Helos und Sparte, das passt auch. Das stand so ein Typ. Hier, hier ist noch einer. Ach ja, mit dem kann ich echt reden, okay. Hast du sie gefunden? Was? Wie kommen sie mit dem Westchen voran? Ja, das war er. Oh, Level Up. Endlich. Hä, ich hab nichts gekriegt. Ich schon. Warte mal. Also, man hat ja noch nichts bekommen. Man hat nur Erfahrungen bekommen. Ich, ach so. Also, da stand auch nichts, oder? Ne. Die haben noch in Helos eine Aufgabe. Monströse Banditen. Okay, ich hab erstmal fett meinen Heilen geskillt. Okay, ja, dann lass mal nach Helos. Warte, man kann ja so ein Portal setzen. Das hab ich, äh, das wissen wir jetzt ja auch. Genau. Ins Portal. Ich will nicht mit dir reden. Ich auch nicht, du hast es genau da. Warte, ich setz auch mal ein. Ne, jetzt, jetzt hab ich. Okay, jetzt müssen wir nach wohin? Megara, oder? Da haben wir jetzt die meisten. Megara? Warte, Q, äh, Ra. Reise sie nach Delphi. Ja, mit dem Sparte haben wir noch zwei Aufgaben. Ach ja, man kann ja wechseln, stimmt. Nass erst mal nach Sparta. Okay. Dann gehen wir jetzt da hin. Da müssen wir einen alten Krieger suchen. Cool Sache. Ja, ist echt cool. Wo ist denn der? Steht das auf meiner Map die Karte? Nö. Oh, da hab ich wieder das Rumgesuche, ey. Oh nein, ich hab jetzt diesen komischen Text verpackt, weil ich mit dem Typen geredet hab. Und während er geredet hab, hab ich mich teleportieren lassen. Oh nein. Ist das hier irgendwo? Pell, Pellana-Tal. Wir müssen hier irgendwo einen alten Krieger suchen. Oh, cool. Hm, hier waren wir noch nicht mal. Alter, die sterben nur, weil ich jetzt an dem vorbeilaufen. Oh, sind das viele? Warte, lass die mal eben kennen. Gibt das mal ein bisschen XP, so. Die haben wir auch schon getötet. Irgendwie kommen wir in letzter Zeit nicht wirklich voran. Nö. Ist das er hier vielleicht? Nö. Bist du überhaupt? Ich bin schon wieder zurückgelaufen. Oh, hier ist eine Truhe, aber... Hier vielleicht? Und ich stelle gleich... Oh, okay, doch nicht. Schast du die Truhe. Ich verstehe jetzt nicht. Boah, alles schon, ey. Cool. Hier waren wir noch nicht. Stimmt. Du bist auf einmal... Okay, jetzt bist du auf einmal weg. Hier sind krass viele Gegner. Scheiße, komm mal schnell her. Ja, ich seh dich gar nicht. Achso, jetzt, okay. Okay. Mein Wolf ist jetzt nicht wirklich effektiv irgendwie. Der macht nicht wirklich viel. Also das mit dem Sound ist jetzt echt blöd. Also tut mir leid. Wird wahrscheinlich nächstes Mal besser. Wenn es nicht besser wird, breche ich dich um. Hier ist ein Gesundheitstraum. Ich habe gerade irgendeinen Mist aufgehoben. Oh, ein dicker Stab. Da oben war gerade was. Gelbes, was heißt das? Ne, den hatten wir schon. Ne, das war dieser Centaurienführer. Das stimmt, das ist ein Centaurienführer. Obwohl, warte, das ist doch die Quest. Sicher? So heißt ja die Quest, oder nicht? Warte, äh... Lass aber hingehen, wenn da... Den haben wir doch schon getötet. Ja, aber vielleicht müssen wir noch abgeben. Wir haben ihn ja getötet, aber nicht irgendwie mit irgendjemandem geredet. Doch, mit Leonidas. Achso, ne, doch, das ist der Typ. Oh nein, ich renne wieder weg. Das war doch Leonidas, mit dem wir geredet haben. Ja, stimmt, ja. Okay, ich renne wieder weg. Das war doch der Dickey-Typ. Komm, gib die Fickle nicht. Da war ich schon jetzt überall eigentlich. Das alles erkundet. Ne, hier noch nicht. Doch, da war ich. Höchstens da weiter oben noch. Warte. Okay, ne, hier ist eine Küste. Okay, ja, doch, hier ist echt nichts. Hier ist noch was, was wir noch nicht erkundet haben. Bist du schon wieder? Hier, ich hab's gefunden, glaub ich. Ja, hier ist es. Ja, ich muss erst mal zu dir hinlaufen. Endlich gefunden, ey. Ich bin so weit von dir weg, dass du gar nicht mit mir verkaufst. Ich red mal mit dem, ne? Ah ja, mach. Ich machte meinen gemorbenlichen Spaziergang, als ich auf diese Monster stieß. Als ich mit ihnen fertig war, dachte ich mir, ich sollte ein wenig ausruhen. Harter Kerl. Ja. Aktualisiert. Was heißt das? Ja, dass du neue Aufgabe hast. Ich auch. Kannst du mal vorlesen, was wir machen müssen? Welche Aufgabe war das dann? Ein alter Krieger. Ach ja, ein alter Krieger. Ein alter Spartaner namens Hippias, ja, das ist er, hatte sich vom Lager entfernt und wurde seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Es scheint, dass der Soldat härter war, als alle dachten. Moment. Er war für die Monster dort eine größere Bedrohung als sie für ihn. Bringen sie die Neuigkeiten über ihn zu Euthyklis im Lager der Spartaner. Ach der, ja. Ach du Scheiße, der schwebt hier jetzt noch viel heftiger als der gerade. Da schwebt jemand drauf. Na warte, lass noch hier noch kurz den Rest erkunden. Dann haben wir es zumindest erkundet. Okay, stimmt. Ich folge dir einfach. Okay, der Rest ist erkundet. Und ich stecke hier in der Mauer fest. Verdammt. Nein, die haben eine Falle auf dich gesetzt. Ja, kann ich hier wieder mal raus? Hier sind zu viele Gegner, so. Boah, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Okay, nein, ich hab mich gehalten. Okay, gehen wir zurück in das Dorf. Oh, siehst du... Ich stecke schon wieder fest hier. Ich glaub's nicht. Nein, die können halt Fallen schießen. Okay, die haben mich in Ruhe gelassen, gut. Boah, komm schnell. Ich bin auf dem Weg. Ich glaube, ich hab grad ein Level abgekriegt. Ich bin jetzt schon Stufe 9, ne? Ja. Boah, war das so hart, ey. So, ich bin Stufe 9. Jetzt kann ich erstmal wieder Skillpunkte verteilen. Wieso stehen hier diese komischen Stacheldinger? Die setzen die nicht mal ein. Hier ist ein Gegner. Uuh, kack drauf. Bam. So. Was sind das für Noobs hier? Die Bots machen gar keinen Schaden, ey. Noobs? Ach, nee. Das war doch der hier oben, oder? Ich weiß es nicht. Oder sind wir im falschen Lager? Das ist Kytoos, patatischer Soldat. Warte, ich guck nochmal, wie der heißt. Euphyklis. Ja, da. Ich bin auf dem Weg. Hier, ist er. Okay, was sagt Euphyklis? Hippias geht es gut. Er steht einfach nur da. Nun, ich hätte es besser wissen sollen. Anstatt mir Sorgen wegen Hippias zu machen. Hier, das ist für deine Mühen. Geil. Was kriegen wir? 2000 Gold und 500 Erfahrungen. Krass. Jetzt müssen wir nur noch eine vergifte Quelle suchen. Ja. Wollen wir eine Pause machen? Das Dorf Tegäa. Warte mal kurz. Wo ist denn das Dorf Tegäa? Das Dorf Tegäa. Keine Ahnung. Oh nein, ich bin zu dämlich. Ich habe ein Portal neben dem richtigen Portal erstellt, ey. Ist ja auch egal. Die Nebenquests lassen wir einfach mal, ja? Ja. Das Dorf Tegäa war hier, glaube ich, irgendwo mittendrin. Ja. Das Dorf Tegäa war hier, aber auch ein Luis. Wasn't das das Dorf Tegäa war hier, wenn ich nicht revere? Und, wenn ich gespannt habe, habe ich nicht gewirr – das Dorf Tegäa war hier. Herr Tegäa war gerade die��.